Da können wir jetzt aber tatsächlich in diesen Viererblöcken bauen, oder? 33... 33 Scharfschützen, das muss er reichen. So, 20 Scharfschützen schicken wir jetzt schon mal da runter. Die hier oben sollten klarkommen, dann schicken wir euch auch mal da runter. Äh, Yolt, ich hätte ganz gerne mehr Yolt. Ja, 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 lasst sie kommen, die kleinen Drecksfücher. Tag 45, wir müssten eigentlich anfangen hier die Map zu clearen, beziehungsweise... Ja, das können wir eigentlich, wir können ja eigentlich die Scharfschützen mal losschicken. 33 Scharfschützen, das muss gehen. Ich höre da oben was, was ich nicht hören will. Wir bräuchten mehr Eisen. Oh Gott, der ist natürlich genau in der einen Reichweite jetzt da. Dass die Ballista den nicht erwischt. Äh, doof. Zu viele Mauern im selben Gebiet. Mhm, alles klar. So, Schluss mit lustig. Äh, das hier gefällt mir natürlich auch noch überhaupt nicht. Was hast du für eine Reichweite? Du gehst bis da hoch. Dann... Bauen wir doch da nochmal so fett zu. Ich hoffe, die Ballista kann da noch vorbeischießen. Das weiß ich nämlich nicht. Aber ich denke schon. Okay, dann schicken wir euch jetzt einfach mal an den Maprand. Und viel Spaß. Oder oben ist aber ganz schön was los. Also wenn die durchkommen, vielleicht brauchen wir doch nochmal eine Execution Tower. Dafür fehlt uns gerade alles Mögliche. 30 Eisen, 700 Gold. Warte, wie viele Steine? 20. Okay, okay, okay. Äh. Nee, kann ich nicht machen. Yes, me calls dat a plan. Irgendwer, gib mir Eisen. Bitte. Ja, da können wir doch eins sein. 29, wow, super. So, jetzt aber. Ja, 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 ja. Das haben die unter Kontrolle da oben. Und dann müssen wir irgendwann die Villages of Doom auch noch plätten. Oh, scheiße, man. Sollen wir nicht vielleicht lieber auf Titans gehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich nicht. Oh, Nahrung. Okay. Okay, 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 okay. Our defenses are being attacked. Tell me your darkest thoughts. Attention. Building automated. What do you want, Arnold? Oh, wir haben wieder keinen Strom. Es wäre schön, wenn man da Benachrichtigungen erhalten würde oder sowas in der Art. So von wegen... Okay, der Strom, jetzt. So, hier oben bauen wir wieder so eine fette Verteidigungslinie. So ein Verteidigungskranz. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Die Bogenschützen lasse ich jetzt mal da. Die kommen ja klar. Wo denn? Da oben wieder. Ja. Gott, dieser... Dieser dämliche... Ich glaube, ich postiere jetzt hier überall nochmal so Wachtürme und setze da Bogenschützen rein. Furchtbar. So, Scharfschützen. Wie schaut's aus? Die teilen sich schon wieder auf, die Jungs. Hier oben. Ja, schaffen sie aber so ohne weiteres nicht, denke ich. So, wir sind bei plus 1000 wieder. Oh, man. Oh, man. Das sind ein Haufen Zombies. Äh, ein Haufen Spit auf allen Dingen. Finde ich gar nicht so cool. Oh, ein Shopping Tower könnte man aufstellen. Ja, den gönne ich mir jetzt auch mal. Ach, die Dreckswicher haben den Shopping Tower zerfetzt. Äh. Komm, mach den Turm fertig. Meine Fresse, ey. Dass die... Dass die auch nicht drauf ballern können, weißt du? Furchtbar. Furchtbar. Hallo, Baumille. Ist das ätzend da oben? Ja, okay. Wir wollten ja hier eigentlich langsam, aber sicher mal zumachen. Ich fang jetzt einfach mal damit an. Äh, super. Super tolle Art und Weise, wie man hier zumachen kann. Okay. Zelt aufrüsten. Das Zeug aufrüsten. Mehr geht nicht. Wir brauchen mehr Steine. Und bald wieder Energie und, 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 und. Klump und Scheiß. So, damit hätten wir jetzt eigentlich den Part relativ gut abgesichert. Trotzdem hätte ich jetzt hier ganz gern irgendwo einen Shopping Tower. Oder wir stellen nochmal eine Ballista auf, vorsichtshalber. Hier oben wär's mir persönlich ganz recht. Nee, weißt du, was wir machen? Ah, ich kann noch eine bauen. Oh, geil. Okay. Sogar noch eine. Wow. Hab ich grad echt so viel Kohle? So, dann da. Ah, nee, geht nicht, weil das zu nah ist. Okay, okay, alles klar. Hat sich schon wieder erledigt. Wieso geht das jetzt da nicht? Komm. Lass mir hier irgendwie die Mauern zumachen. Okay. Der Part steht. Der Part steht auch. Äh, Scharfschützen bitte alle darunter. Das wär sehr freundlich. Dann können wir hier ebenfalls mal wieder ein paar Scharfschützen ausbilden. Ja, es läuft. Tag 49. Es läuft. Wenn auch nur schleppend. Aber es läuft. So, zweieinhalb Stunden. Ich müsste dann irgendwann mal wieder eine Pause machen. So langsam aber sicher. Äh, wir könnten natürlich jetzt auch mal sagen, dass wir da einen Executioner hinstellen. Und, äh, die kommen soweit klar. Die könnten auch einen brauchen. Hier müsste ich jetzt dann langsam aber sicher mal aufs Ingenieurzentrum gehen. Sniper ist bereit. Ja, obwohl. Weiß ich nicht. Reichen 33 Scharfschützen aus, um dieses Village of Doom auszudenken? Ich glaube schon, ne? Das müsste gehen. Wie, der ja trying to break through wird. Die trauen sich was. Hier drin vielleicht nochmal eher schön alles verstärken. Alles dicker machen. Die Frage ist, braucht man denn unbedingt Öl? Also generell Öl-Technologie. So, da könnten wir auch noch einen hinstellen. Und dann war es das schon wieder. Glückwunsch. Wie schaut's mit Queries aus? Haben wir hier alles ausgelastet soweit? Der ist ausgelastet. Der hier ist ausgelastet. Der da noch nicht. Da fehlt uns momentan Strom. Wir können uns aber gerade nochmal ein Kraftwerk leisten. Ach, doch. Äh, wo stelle ich denn das hin? Da so. Ja, läuft ganz gut. Jetzt müssen wir nur noch die zwei Villages wegbekommen. Dann können wir anfangen, uns komplett einzumauern. Vor allem hier müssten wir noch mehr erobern eigentlich. Da könnte ich jetzt gerade mal die Bogenschützen hernehmen, die wir da haben. Dass wir da unten weitere Gegenden sichern. Das ist im Westen. Das ist scheiße. Oh, das ist scheiße. Und sonst fehlt jetzt die Energie dafür. Ja, jetzt ist die Frage. Treffen sie uns hier oder treffen sie uns hier? Ich hab keine Ahnung. Okay, grundsätzlich hier mal zurück. Äh, aber grundsätzlich kann man sagen, was kann ich alles upgraden hier drüben? Kann ich hier noch... Nee, ich kann keine Türme bauen aktuell. Weil der Strom fehlt. Da hast du eine recht fette Mauer, wo sie hoffentlich nicht durchkommen. Hier unten schaut es recht dünn aus. So. Ah ja, sie kommen von da unten. Okay. Ah, ich hab natürlich gar keine Baureichweite hier, dass ich sagen könnte, okay, ich mach hier einfach alles dicht. Scheiße. Dann bauen wir da wenigstens einen Tower. Hier hätte ich auch ganz gern noch einen Tower. Aber die werden nicht rechtzeitig fertig, die Türme. Ja, oh man. Wenigstens sollten unsere Truppen noch einigermaßen rechtzeitig ankommen, sodass hier nicht mehr allzu viel schief geht. Hoffe ich zumindest. Ich könnte hier nicht mal mehr zusätzliche Tower aufstellen. Ja, das ist... Kann es sein, dass die feststecken? Ach ja. Ist das mal arschig, oder was? Die stecken im Village of Doom fest. Ach schön. Oh man, ich muss ja auch mal mit Pause machen, Alter. Ich hab Hunger. Es ist halb sieben abends. Ich hab Hunger. Aber ich will jetzt nicht aufhören. Ich will jetzt weitermachen. Das ist grad so cool. Das ist grad so cool. Jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Ah, schau, da ist ein Fettsack. Jetzt macht sie weg. Ich schalte jetzt alle mal auf höchste Priorität. Äh, Priorität. So rum. Höchste Stufe. Was? 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 Äh, Freunde. Was war das grad? Du willst mich doch nicht ernsthaft weismachen? Das, also, äh. Weißt du? Nein. Was war das grad, bitte? Kann es sein, dass diese Horde immer noch hinter dem Village of Doom feststeckt und der aus irgendeinem Grund, den ich absolut nicht nachvollziehen möchte, jetzt gesagt hat, okay, weißt du was, äh, ist vorbei. Ja, hat er schon geschafft. Horde ist besiegt. Was natürlich irgendwo nicht sein kann. Aber aus irgendeinem Grund ist es so. Das, äh, ja. Ich wundere mich jetzt ein bisschen. So, Scharfschützen, jetzt, jetzt reicht's mir. Weg mit den Villages of Doom. Die braucht keiner, die will keiner. Also ich zumindest nicht. Oh ja, stimmt, wir brauchen eigentlich nochmal ein Warehouse. Und dafür haben wir gerade die ganzen Steine verschossen. Glückwunsch. Was brauchen wir dafür? Wie viele? 40. Äh. Nein, kein Turm. Ich will keinen Steinturm. Ich will einfach nur das Zeug loswerden. Und das möchte ich haben. Dann kann man hier sagen, dädä. Und zwar setzen wir das hier oben rein. Das gibt nochmal einen ordentlichen Push. Auf Produktionsgebäude. Wir farmen. Am liebsten wär mir allerdings, wenn man die Queries mitnimmt. Wie, geht nicht. Ach, wir nehmen ein Ding da. Okay. Machen wir das so. So, dann lassen wir euch zweimal auf. Und dann machen wir doch einfach hier weiter. So, Feuer frei. Räuchert sie aus. Was? Willst du mich verarschen? Der eine schenkt mir zwei Titans. Der andere schenkt mir 30% auf den Lohn von Titans. Weißt du was? Wir haben schon lange nicht mehr mit Titans gespielt. Ich mach mal hier minus 30% auf den Lohn. Und dann schauen wir, dass wir Titans ausbilden. Äh, was brauchen wir denn? Wir brauchen Gold. Grundsätzlich eine ganze Menge Gold. Ja, das sollte man eigentlich vielleicht kriegen. Da oben schon wieder. Ja, ja. Weißt du so? Ja, ja. Kommt, rennt rein, rennt rein. Holt euch die Ressourcen. Ha, ha, ha. Okay. Dann erforschen wir jetzt Titans. Ja, ja, Titans. Was rede ich denn? Wir brauchen Thanatos. Mein Gott, die hab ich total vergessen. Äh, Bogenschützen attackiert schon mal die Gebäude. Die Scharfschützen sollten Feuerschutz geben. Dann räuchern wir jetzt ganz, ganz schnell hier dieses Village aus. Das ist jetzt eigentlich quasi die Rush-Methode, nicht die Austank-Methode. Aber okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ausdenken wäre vielleicht doch nicht so verkehrt. Das Blöde ist, wir haben halt jetzt zwei Villages gerade, aber das packen die schon. Glaube ich. Hoffe ich. Tue ich. Denke ich. Äh, plus 1400 Gold. Das ist ganz gut. Was fehlt jetzt? Nahrung fehlt. Okay. Da hätte ich keine Möglichkeit, noch was zu platzieren. 70. 72. Joa. 46. Vielleicht gehen wir auch nochmal auf die Holzproduktion. Weißt, wir haben hier so viele Wälder und ich nutze es nicht. Da hast du zum Beispiel plus 13. Da hätten wir plus 11. War hier gerade irgendwo. Plus 11. Joa, weißt du. Dann, nee, nicht du. Wobei, doch, können wir den hier irgendwo platzieren nochmal? 13, 13, 13. Naja, hauen wir da so ein 13er rein. Dann hier 17. 17. Da plus 12. Da plus 14. Da oben können wir ebenfalls noch welche bauen, denke ich. Hier irgendwo da so ein... Oder auch nicht. Nee, geht nicht mehr. Platz ausgereizt. Super. So, jetzt aber Bogenschützen. Geht da rein. Ja, sehr nice. Okay. Ressourcen rausziehen. Ich will das ganze Zeug, was da liegt. Ja, damit. Dankeschön. Okay. Er ist gleich fertig mit der Vorschau. Das wär's. Das heißt, wir bauen uns jetzt das hier... Oh, da brauchen wir mehr Strom. Okay, pass auf. Nochmal ein Kraftwerk. Dann bauen wir hier irgendwo unsere Kraftwerksanlage auf. Kann ich die kleinen Dinger auch noch irgendwo platzieren? Haben wir noch Platz dafür? Jawohl. Haben wir jetzt hier unten Bogenschützen? Ich hab hier gar nix gerade. Achso, nee. Die stehen ja jetzt bei der Invasion hier zwei. Ja, pass auf. Dann machen wir das anders mit denen. Wow. Macht mal einer hier den Spitter weg. Das wär sehr nett. Äh, Bogenschützen, zurück in die Kolonie, bitte. Räumen wir hier noch schnell auf, dass wir die Ressourcen bekommen. Äh, ganz kurz. Ja, wenn wir schon dabei sind, dann gönnen wir uns das gerade mal. Und Hütten. Hütten, 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 Hütten. Ah, nein, uns fehlt Strom. Shit. Shit.